Ist dir aufgefallen, wie komisch sich Austin benimmt? Er hat sich in deinem Zimmer eingeschlossen und komische Geräusche waren auch zu hören. Hört sich fast so an, als würde er bellen. Das ist aber komisch. Und gestern, es gab Rippchen zum Abendessen. Er hat sie gleich zu sich im Zimmer geholt. Ah, sieben Rippchen und fünf Minuten später kam er mit einem leeren Teller zurück. Haben wir ein Hundi hier oben? Achso, ne. Da will ich noch was warten. Da müssen wir nochmal spielen. Keller. Das ist ein Lupen-Hinweis. Klicke darauf, um zu verwenden. Ausgezeichnet. In anderen Zimmer findest du mehr davon. Boah, voll geil, ey. So. Maurer, Kelle, Öllampe, Horn. Baseballschläger. Ah, okay. Der hält auch nur kurze Zeit an. Okay. Wo haben wir denn? Die Maurerkelle. Maurerkelle. Uhu, da. Zuhause eines Weichtiers. Uhu, 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 uhu. Das ist eklig. Ich wollte eigentlich die Zwiebel haben, aber okay. Ich habe mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hat acht. Ja, kannst du gerne haben. Und Tschüss. Und Tschüss. Brr. Eine Flasche. Schriftrolle. Boah, wie kann man nur freiwillig eine Spinne mitnehmen, ey? Bah! Boah, ist das gruselig, ey. Eine Axt. Die habe ich aber irgendwo hier schon gesehen. Wo habe ich da... Da habe ich die Axt gesehen. Steck den Zapfhahn in das... Äh... Das Fass. Eine Flasche. Da ist noch eine Münze. Eine Maus. Zuhause eines Weichtiers. Zuhause eines Weichtiers. Okay. Zuhause eines Weichtiers. Ohne Fläder Maus. Ohne Fläder Maus. Neuer Erfolg. Uh. Ja. Könnt ihr mal sehen. Hm, das finde ich irgendwie schöner. Neuer Erfolg. Du hast eine Hütte für deinen Hund gebaut. Juhu. Komm her und sieh dir dein neues Zuhause an. Jetzt müssen wir noch Mutter von dir erzählen. Wir sind Altfreunde, nicht wahr? Oh, äh. Mama. Woher? Jemand hat vergessen, seine Zimmertür zuzumachen. Also sind wir uns... Mh. In der Küche begegnet. Oh, und der Hund hat ganz schön Appetit. Hast du ihn gefüttert? Natürlich, Mama. Na, wie heißt denn unser Haustier? Ja, wie können wir denn... Wie heißen der Kleene? Ach, weißt du was? Wir haben in Minecraft Timmy, so heißt der Hund von meinem Chef. Und hier nehmen wir Arko, so heißt der Hund von Oma und Opa. So, komm schon Arko. Zeig, was du drauf hast. Sehr schön. Aber ich möchte gerne wissen, wo ich eine scheiß Gießkanne und sowas kaufen kann. Um den Schrank zu reparieren, muss einfach nur das Regal aufgehängt werden. Würdest du mir helfen? Klar. Ersetz das Schrankbein, häng das Regal auf, stell die Blume auf, das Sips, lege die Decke auf das Bett. Mhm. Haben wir hier auch wieder. Haha. Münzchen. Haha, kommt mal, Plerix. Das ist das Zeichen von Dan, dieser kleine grüne, ja, Drache, niedliche Drache. Ohne Scheiß. Ich mache gerne nochmal Werbung dafür, wenn ihr ein Handy habt, sei es Android oder Apple, schaut mal nach. Ähm. Ähm. Township. Ja, echt, ich mache wirklich unheimlich gerne Werbung dafür, weil das echt ein mega geiles Spiel ist. Also ich spiele schon seit über zweieinhalb Jahren. Und immer mal für zwischendurch. Da ist auch überhaupt kein Zwang dahinter. Man kommt auch ohne Freunde, ähm, weiter. Das ist kein Pay to Win. Spiel einfach nur geil. So, jetzt müssen wir noch, äh, das Schrankbein ersetzen, aber mit was? Hm? Mit Wasser ersetzen. Ach, guck mal hier. Hä? Ja. Danke, dass du mir hilfst. Ich habe den Schrank bestimmt schon repariert. Wenn du mit Verkaufen fertig bist. Schleife, Federball, Dartpfeil. Haben wir schon gesehen. Ja, Darten entgeht mir nicht. So, Schmetterling. Federball habe ich auch schon gesehen. Hier. Eine Schleife habe ich auch schon gesehen. Eine Holzpuppe. Ne, eine Holzpuppe habe ich noch nicht gesehen. Wer meint die hier? Ach, die meinen das komische Teil. Ach, wie heißen die noch? Ich komme nicht auf den Namen, wie die richtig heißen. Ach, Mann, wie heißen diese russische Puppen dann nochmal. Ich komme nicht auf den Namen. Mir liegt es auf der Zunge, aber... Ich komme einfach gerade nicht drauf. Ja, ist es denn wahr? Boah, sowas nervt mich hier, ne? Haftnutin. Zack, kannst du gerne haben. Eine Taschenlampe kannst du auch gerne haben. Ein Flugzeug. Flugzeug. Ein Schuh möchte noch einer haben. Wir haben mal das Flugzeug. Das ist doch ein Flugzeug hier, das. Okay, dann wollen die das hier nicht haben. Ein Schmetterling. Haben wir hier. Tennisball habe ich hier gesehen schon. Schuh und Flugzeug. Schuh. Aber was für ein Flugzeug? Schiff, ein Trecker, nochmal ein Schiff. Ein Zug. Das hier ist doch ein Flugzeug. Hier ist eine Schere oder was auch immer das ist. Hier ist kein Flugzeug abgebildet. Hier ist ein Bär. Da war noch, was ist denn das? Ah, ein Papierflieger. Ja, wir sind richtig gut hier. Seh mal, was ich gefunden habe. Meine alte Schatzkarte. Mal sehen. Aha. Hm, dann wollen wir mal sehen. Ich erinnere mich, dass man die Schritte zählen musste. Okay. Aber von wo aus? Ich muss nachdenken. Ich lege die Karte vorerst in das Album. Und während ich nachdenke, mache ich mit der Arbeit weiter. Nee, hier will ich noch wachen. Die Garage. Das ist ein Thermometer-Hinweis. Klicke darauf, um ihn zu verwenden. Du hast einen Thermometer-Hinweis gefunden. Wenn dein Cursor sich in der Nähe eines Gegenstands befindet, nachdem du suchst, leuchtet die Box des Kunden auf. Wenn du dich weiter davon wegbewegst, steht sie wieder still. Eine Schaufel. Ausgezeichnet. In anderen Zimmern findest du mehr davon. Okay. Ich hätte gerne aber... ...die Münzen hier. Das ist zusätzliches Geld. Telefon-Dart-File. 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 Eine Achs. Jalousien. Okay. Schnür die Rollschuhe zu. Machen wir das doch selber. Ein Schläger. Eine Weinflasche. Da haben wir einen Kanzler. Oh, ich wollte eigentlich die Dinge zahmen. Und wir haben einen Schnellzeitsboni gekriegt. Das ist natürlich richtig geil. Eine Schachfigur. Okay. Hier ist eine Schachfigur. Schachfigur. Einen Reifen. Schraubenschlüssel. Habe ich schon gesehen hier irgendwo. In zwei Zirkel. Zirkel, Zirkel, Schraubenschlüssel. Schläger. Einen Karton. Einen Schlauch. Einen Schlauch. Ein Mäuschen. Wo haben wir denn hier? Ein Mäuschen. Da. Da haben wir ein Mäuschen. Da haben wir die Stalusien. Einen Schlauch. Einen Helm. Ein Helm. Ein Helm. Ventilator. 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 Ein Helm. Hier ist ein Schräubchen. Jetzt gucke ich nur noch nach einem Helm und einem Ventilator. Hier ist kein Helm. Den hier können wir nicht nehmen. Hier ist eine Gießkanne. 1034 plus, dass wir keinen Tipp genommen haben. Es ist nicht schlecht, nee.